jo moin herzlich willkommen zurück zum explain und ja schon wieder ein paar tage her hier ja wir müssen da wohl an der seite lang eventueller fluchtweg könnte ja sein ne schauen wir mal da geht nix das ist ein bisschen money hier liegt da auch noch was wollen wir gespannt sein ja rechts links die bude ist zu ich habe mich wohl erledigt das war wohl nix Wow. Ice cold hier. Wo kommt der da hoch? Ach, hier gibt's eine Treppe, okay. Yo. Läuft, würde ich sagen, ne? Ich greife an. Ach, Mann. Verkehrte Taktik. Aber gut. Irgendwie bleibt er dann an der Tür kleben. So geht's wohl auch, ne? Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte da eigentlich erstmal noch ganz gerne gucken. Laden wir das doch nochmal. Aha. Da ist noch ein Telefon. Da gibt's noch Story, ja, etwas. Wir wollen ja hier nichts verpassen, ne? Die Hütte ist zu. Hier gibt's noch Munition. Das wollen wir alles haben. Ein bisschen die Hütte zerstören. Ein dringling auf dem Gelände. Die Anlage ist in Gefahr. Ich wiederhole, Deep Six ist in Gefahr. Beginnen Operation Dead Eyes. Die Stimmen des Walkie Talkies konnten nur bedeuten, dass sie sich darauf vorbereiteten, die Beweise zu vernichten und zu verschwinden. Ich war so nah dran. Die Wahrheit lag direkt hinter der nächsten Ecke. Und dann können wir in die nächste Mission gehen, würde ich sagen, ne? Oder nächste Level, wie auch immer. Die Schadensbericht, einige auf der linken Seite. Oh ja. Ich bin ein früherer. Oh ja. Hier geht direkt die Post los, hier. Junge, junge, junge. Da haben die mich natürlich auch direkt ordentlich erwischt, ne? Ja, auf sowas muss man hier vorbereitet sein. Ist dann halt wohl leider so. Wenn du hier nicht reagierst, bist du gearscht. Aber gut, hier haben wir Painkiller. Da können wir auch mit leben. Sieht ja noch ganz gut aus. Haben wir ja drei Stück, ne? Insofern. Die Söldner führten eine streng organisierte Operation. Es wird wieder Ware vermisst. Ein Chemiker hat versucht, sie für eine Privatparty nach draußen zu schmuggeln. Ich habe ihn in Zelle B7 in der alten D6-Testanlage eingesperrt, um auf eine saubere Abwicklung zu warten. Ich konnte die Geheimnisse hören, unmittelbar hinter den nächsten Türen. Hm. Tja. Denn. Uäh. Ratte. Spinst wohl, oder? Ach, wieder so eine Action hier. Mit Explosions hier. Nein, ich bin in der Situation. Das war die Tür hinter mir gerade, oder? Ja. Moin. 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 Yo. Sonst geht's euch gut hier, Alter. Na gut. Das gibt Big Bang hier. Okay, so wird das nicht funktionieren. Also, bleibt mir ja nur die Granate. Hardcore. Die Hütte ist zu. Oh, Granaten gibt's hier auch wieder zurück, das ist natürlich nett. Ja, wo, wer, was, wo? Verarschen? Ey, im Ernst. Ich hör ihn, aber ich seh ihn nicht, da ist er. Da bin ich doch grad lang, wo kommst du denn auf einmal her? Überall Blut. So. Ja, ja. Ja, da war ich ja schon. Noch mehr von dem Shit hier. Ja, da geh ich doch wieder hoch. Oh, ja. Explosionsfolge hier. Ach, nö, nö. Hier ist was los. So, jetzt hier rüber springen wir. Ich komm da nicht rein. Okay. Ähm. Ja. Jetzt komm ich da rein. Es war jetzt nicht unbedingt so offensichtlich, aber es war ein Versuch wert. Ah, f*** der Töste. Eindringlich auf dem Gelände. So. Explosionsfolge. Definitiv. Ja wohl, ey. Pfff. Das Penz-Rätsel-Lösung ist Klettern. Oder wie soll es jetzt weitergehen hier? Ich erinnere mich irgendwie so halb, aber ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen muss. Da ist ein Raum, okay, aber ich herunter. Kann gut sein, ne? Ja, hier war ich noch nicht. Ich habe nämlich diese Dings darunter gemacht, auch wenn das so aussieht, als wenn wir hier schon mal gewesen wären. Aber hier waren wir noch nicht. Das ist äh… Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Oh. Gibt Ruhe da unten. Können wir schön was hochjagen an der Tür? Okay. So, das müssen wir denke ich auch tun, weil es hier nicht weiter geht sonst. Ich habe wieder Bock auf ein bisschen Shotgun-Action hier. Die Sau, ey. Hat er mich nochmal erwischt, ne? so. Kann nicht wahr sein. So, links oder rechts? Links ist zu. Okay. Oh, den habe ich aber gut erwischt, wa? Einen Treffer und tschüss. Feierabend. Hahaha. Jetzt können die hier unten wohl rüber. Weil hier ist das abgebrochen und da kommen wir nie hoch, ne? Ja. Das war jetzt offensichtlich. Erstmal weiß man hier echt nicht, wo man landen muss. Ah, da kommt er gerade so hoch, ne? So. Die Hütte bleibt zu. Irgendwie ist das auch noch nicht das Wetzelslösung, glaube ich. Nicht so ganz. Ich kann hier nichts drücken oder so. Ich kann bestimmt von hier da rüber springen, dass ich da hoch komme. Kann das sein? Uah! Ne, ist nicht so. Da ist sie. Ich muss doch bestimmt da hoch, oder nicht? Ich mache ihnen das jetzt. Das ist doch schon ein bisschen. Jetzt gibt es wieder so eine Rätsel-Geschichte, wa? Ja. Dann kommst du nicht hin. Hm. Sowas finde ich immer nervig. Komm von hier drauf, ne? Das bringt mir auch nichts. Das ist ja noch weiter weg. Hm. Komm. Tja, wie machen wir das? Gute Frage, nächste Frage. Komm schon. Kein Kontakt. Klasse, ey. Durch da hochgekommen und gleich wieder runtergefallen. Das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Das wäre da kein Gegner gekommen, ne? Ja. Also nochmal. Hepp. Oh ne. Ja, wenn ich da jetzt hochgekommen bin und dann da gespeichert habe, dann nochmal hier erstmal wieder Schluss, weil dann ist mir schon wieder zu viel des Guten. Irgendwann ist das doof. Hepp. Oh. Kann ich mal steilen. Da könnte Jever kommen und mehr an die Wechseln wollen hier. Hepp. Oh, wie hab ich das gemacht eben? Das gibt's doch gar nicht. Ja, häng mal an der Wand fest irgendwie hier. Junge, Junge, Junge. Kriegst du die Krise. Oh. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Jumping Jack Flash hier. Kann nicht wahr sein, ne? Hallo. Hallo. Ich will doch nur da hoch. Das gibt's ja nicht. Na jetzt aber. So. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Max Payne, ne? Tschö.